Lalalala, weiter geht's! Fordert Offizierstufe 22, oh mein Gott! Hä? Kann ich nicht. Oh, das ist bitter. Wir erleben den Todeskampf des Widerstands. Ihre Sternenjäger kämpfen am Himmel. Ihre Boten um die Wolfe der Stelle nachlegen und ihre Verwissen aus der Kampf verbreiten. Das alles ist zum Scheitern verurteilt. Verteile dich die Starkiller-Basis. Verhindern, dass der Feind den unteren Turbolaser und das Treibstofflager zerstört. Auf mein Kommando, los! Oh mein Gott! Okay, ich wollte aber eigentlich das hier sein. Und wo? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist gut das hier, oder? Treibstofflager zur Sprengung verdrahten! Oh mein Gott! Ich bin großartiger. Ich bin großartiger. ich habe auch nur den regensätze werden aktiviert verstärkung zum treibstoff lager ernsthaft schau mal, ich will da unten rein, komm ich da auch rein? Notfall, der Turmolaser wird zerstören wir haben ihre truppenstärke unterschätzt, rundzug zu sekundärstellungen, wir locken sie in ihrem Tod ihr ziel ist der zellenblock, wir dürfen sie nicht durchlassen, bewacht das haupttor und schlagen jede wette des Tests zurück die Kirche ok, ist ja gut so, ab zum haupttor, los wo ist das haupttor, wo ist das haupttor geschützt geladen und einsatzbereit und das werdet ihr es ist ja weil sie nicht mehr bach eben und gut auf und die der Ich bin überwältigt worden. Granate bewahrten! Top-agent des Widerstands im Einsatzgebiet. Vorrangiges Ziel! Oh, ein Sniper vom Arsch der Welt! Zieht euch zurück und bereitet eine letzte Verteidigung vor! Sie werden versuchen, den Zellenblock zu öffnen. Dazu müssen wir die Zellen führen und das Innere Tor überholen. Sie dürfen ihre Leute nicht befreien, ist das klar? Oh, nicht so einfach, mein Freund. Oh, Mann! Sie haben die Zellensteuerung erreicht. Sie laden eine Überbrückung. Nicht identifizierter feindlicher Anführer kommt ein. Was? Attacke! Vorwärts! Schellensteuerung wieder versichert! Nein! Nein! Ich habe nicht gewacht. Ist das klar? Oh, Mann! 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 Ich gehe voraus! Neuer Verbündeter ist eingetroffen und geht in Position! Oh, Mann! 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 Wo kämmt er denn? Oh mein Gott. In der Ecke. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wir haben verloren. Warum?